Herzlich Willkommen, ich bin Sona Laser und heute das Testvideo zu der FT-012. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe den Originalakku mit dem Originaladigret, was damit bei war, geladen. Um einfach mal zu gucken, jetzt müssen wir mal gucken, ob das Boot gerade fährt. Nicht ganz. So, ja, wie gesagt, Braschlitz-Boot. Liegt sehr schön im Wasser, muss ich sagen. Also wirklich schön. Fährt sich, also sieht genauso gut aus wie das Blaue, aber man sieht auch an der Seite, wie das Wasser rausschießt. Durch die Wasserkühlung. So. Ja, sehr schön. Ja, das ist jetzt Vollgas. Ihr seht, ist schon ein bisschen schneller als das Blaue. Das war natürlich Spaß. Vollgas ist das. Das ist Vollgas. Und ich muss sagen, Alter, Hammer. Oh, das findet sich richtig geil. Aber ich muss sagen, mit dem Originalakku, also das haben wir jetzt als... Oh, ist das Wahnsinn. So, wir müssen das aber nochmal austrimmen. Ich glaube, ich habe auch irgendwas da hängen. Ich muss... Oh ja, ich habe da was hängen. Oh ja, ich habe da was hängen.